Slavomir Morcek, Hamlet. Der Intendant rief mich zu sich und sagte, Ich gratuliere! Wir haben beschlossen, Ihnen die Rolle des Hamlet anzuvertrauen. Wie jeder Schauspieler hatte ich immer davon geträumt, diese Rolle zu spielen. Also konnte ich mich vor Glück gar nicht fassen. Überschwänglich dankte ich dem Intendanten und versprach, alle Anstrengungen zu unternehmen, um mich der mir anvertrauten großen Aufgabe würdig zu erweisen. Ich sollte schon mit den Proben beginnen, als mich der Intendant wieder zu sich rief. Er schien mir etwas bekümmert zu sein. Es ist ein gewisser Umstand eingetreten. Das Ensemble meint, dass es Begünstigung eines Individuums wäre, wenn man Ihnen die Rolle des Hamlet anvertraute. Das heißt, dass jetzt jemand anderes den Hamlet spielt? Nein, das wäre auch Begünstigung eines Individuums. Aber wir haben einen Ausweg gefunden. Hamlet spielen Sie und noch acht weitere Schauspieler. Mehr als neun Personen, die mehr oder weniger wie Hamlet aussehen können, haben wir zum Glück nicht im Ensemble. Ich verstehe. Das heißt, ich und noch acht andere spielen abwechselnd. Nein, alle gleichzeitig. Was? Gleichzeitig? Aber doch nicht in derselben Vorstellung. Doch, in derselben Vorstellung. Jeden Abend. Aber das ist doch unmöglich. Neun Hamlets in einem Stück. Ja? Ah, ich verstehe. Das heißt, der Erste tritt ab, der Zweite tritt auf, tritt ab, der Dritte tritt auf und so weiter. Nein! Denn dann entstünde das Problem der Reihenfolge. Und es ergäbe sich eine Verletzung der Gleichberechtigung. Niemand sollte der Erste sein. Niemand der Zweite, auch nicht der Neunte. Sie vergessen, dass alle gleiche Chancen haben müssen. Ja, wie dann also? Im Chor! Ich fiel auf den Stuhl. Der Intendant stand auf, kam hinter dem Schreibtisch hervor und legte mir die Hand auf die Schulter. Kopf hoch! Gesellschaftlich ist das bestens. Aber auch künstlerisch kann das eine große Errungenschaft werden. Wir haben schon einen Regisseur, der sich dessen annimmt. Ein sehr interessantes avantgardistisches Experiment. Die Verteilung Hamlets auf neun Persönlichkeiten. Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Die Psychologie von unten. Wunderbar, haben Sie das erfasst. Dann beugte er sich zu mir nieder und fügte mit leiser Stimme noch hinzu. Aber unter uns gesagt, niemand verbietet Ihnen lauter zu sprechen als die anderen. Die Proben fingen an. Es war ein bisschen eng in der Garderobe und auf der Bühne stolperten wir übereinander. Aber dafür entwickelte sich ein starker Kollektivgeist. So kam es zur Premiere. Der erste Akt ging irgendwie über die Bühne. Aber bei der Szene auf dem Friedhof fehlte für mich der Schädel des Jorik, weil der Requisiteur sich geirrt hatte und nur acht davon vorbereitet hatte. Also wollte ich einem Kollegen auf der linken Seite den Schädel wegnehmen, aber der wollte ihn mir nicht geben. So fielen wir gemeinsam ins Grab. Währenddessen begannen die Oben sich auch zu schlagen, denn unser Schädel war oben geblieben. Also waren da weiter acht Schädel, aber sie waren zu siebt und jeder wollte zwei haben. Es gab neun Fälle von allgemeinen Prellungen, fünf Gesichtsverletzungen und drei Fälle von Stichwunden. Wer wollte da behaupten, dass Hamlet die Tragödie eines Individuums sei. Die Tragödie eines Individuums sei.